Jau Servus Leute und herzlich willkommen zurück im nächsten Part von Let's Play Mafia 2 ja wir werden jetzt die Tür öffnen und sehen wer dahinter steht zieh dich um Kleidung, findest du ein kleiner Schrank, war klar ne wir nehmen mal ein Maßanzug das voll Stylo wer ist denn? Henry, altes Haus Hi lange her was willst du Henry? was trinken nehmen wir mein Auto ja, bin ich auch für nur noch mal kurz die Flasche zumachen so, steigen wir mal ein schön, perfekt oh, das fährt er mir voll vor die Karre hey und was geht mich das an? ja, also so wurde es doch eingebunden tut mir leid, was den Kleidung hat aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? ja, mit Max hat es nur ein Klassiker ich bin auch vorstellend für Verkauf zu arbeiten das ist das, du willst bei uns einsteigen? ja, und dass du für dich arbeitest, dachte ich, das nicht fahrerflucht, verdammt fahrerflucht wir sind nie mit von der Partie merkt ihr das? ja, das ist schon der blöde Arsch, der ständig für Joe bei Freddy war Fingern Fingern wie viel wollen ich mir die noch anhängen hohe Hügel Bull wohl lang, nenn Oh, what the fuck woa sicher die nächsten es wird mit Harnung zu erzielen akkompatiert doch irgendwann kriegt noch so Wurzel anfangen schon mit Handschellen ich bin das in anderen Branche das auch ach ja die Schicht hat begrenzt und ich frag mich schon warum ich denn die weiter weg kommen weiter scheiße fuck naja vielleicht können wir auch so zu Freddy's oh sind die Bullen blöd schnell aussteigen dort sind die Bullen blöd unglaublich unglaublich kratzen viel Spaß hey hey Vito hast du meine Kohle ich halte immer mein Wort oder hier gib nicht alles auf einmal aus danke wo ist Joan er war eben noch hier ist gerade raus wirkte ziemlich angepisst das hat er wohl häufiger in letzter Zeit ist das ein Wunder hör mal ich muss was mit dir besprechen nur wenn es wichtig ist mich hält im Moment Vinci auf Trab er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso ich muss das rauskriegen wir haben ja trotzdem erstmal zu okay schieß los aber machs kurz ein ehemaliger Clementi Mann hat mich kontaktiert er will wissen ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen das ist gut soweit ich weiß hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor es sei denn sie machen irgendwelche Dummheiten er hat mich außerdem gefragt ob er für uns arbeiten kann ja wer ist er ein Freund von dir oder was wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt er versteht sein Handwerk okay okay er soll mal vorbeikommen tja er wäre gerade hier tatsächlich na gut bring ihn her Eddie Henry Tomasino Henry das ist Eddys Kaper sehr erfreut Mr. Skaper sag nicht Mr. Skaper meine Freunde nennen mich Eddie komm setz dich Henry also Vito sagt du würdest gern für uns arbeiten ja ich hab grad nichts zu tun und was früher mal war ist Schnee von gestern ne kluge Einstellung aber zuerst mal Henry hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? hm okay normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti und Luca erzählte dauernd Verkhone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte ich schätze er wollte Vinci gegen euch aufhetzen diese Drecksau der Dieter garantiert selbst aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen er weiß genau dass Vinci was dagegen hat wahrscheinlich hat er den alten eingeseift aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder wir müssen ihm zuvorkommen wieder mal? hey wenn wir nicht handeln handelt Frank aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen ohne den ist Frank erledigt Leo? ich wollte dich da raushalten aber mir fiel sonst keiner ein der sollte immer durchziehen Leo jetzt würde ich sagen das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen was er drauf hat was sagst du dazu Henry? machst du das? wenn das heißt dass ich dann dabei bin klar einverstanden beseitige Leo und was ist mit dir Vito? ich würde mich wohler fühlen wenn du Henry begleiten würdest damit alles glatt läuft heißt ja nicht dass du selbst Hand anlegen musst fahr einfach hin warte bis alles erledigt ist und fahr zurück aber falls das ein Problem für dich ist frage ich gern jemand anderen was meinst du? tut mir leid Eddie ich kann das nicht Leo war im Knast wie ein Vater zu mir ja ich verstehe dann musst du wohl auf Vito verzichten Henry hol dir Hilfe wenn du willst aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen Leo wohnt in Highbrook keine Sorge wird heute noch erledigt ok dann mach dich auf die Socken bis später Eddie gut dass du den hergebracht hast selbst wenn das vermasselt wird keiner uns verdächtigen ich glaub nicht dass Henry es vermasselt umso besser tja Vito sonst hab ich heute nichts für dich aber komm morgen wieder ok? ja bis dann Eddie bis dann boah jetzt müssen wir tatsächlich ne wir müssen Leo warnen gut ne aber die wollen tatsächlich Leo töten geh schnell zu Leo ja als ob ich hingehe ja ich renne ja oh ne komm es muss schnell gehen zeig bam wenn ich zu Leo gehe dann wird er auf jeden Fall verrecken das war natürlich was mir in der Cutscene eingefallen ist falls ich mal nach der Cutscene vergesse mein Mikrofon wieder auf äh laut zu machen also die Sturmschaltung weg zu machen dann hab ich es einfach vergessen und dann nicht wundern wenn ich den restlichen äh Video ruhig bin und nichts mehr sagt das liegt dann daran dass ich vergessen habe das Mikro wieder äh zu unmute sag ich mal ich glaub nicht dass mir das mal passiert aber falls es mir passiert könnte ja mal passieren das ist mir grad so eingefallen ja verdammt Bullen ey verpisst euch kein bock auf euch oh die kommen mir eh nie hinterher mit meiner neuen Karre wo Scherz Bihatsch Bihatsch komm verzieh dich bäm he in Mafia 2 springen die aber so geil aus dem Weg wenn man mit dem Auto auf die Zoo rast wie weit ist wie weit ist denn der noch weg wir haben über die Hälfte der Zeit schon weg boah ich glaub das könnte knapp werden aber die Zeit die man für die Mission hat reicht immer ich also bisher hat sie mir immer gerade so ausgereicht so total knapp wenn ich mich nicht gegen Ende immer ganz blöd angestellt hab und das hab ich meistens aber gut wird sehen wenn nicht dann muss ich halt nochmal rasen shit ach am Arsch ich hab für Leo und mein Wagen am Arsch gefahren das ist wahre Freundschaft oh wo wohnt denn der oh es wird knapp oh 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 uuuuuh A auf F steigt mal aus mann ich drück da die ganze Zeit E uaaah komm 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 jawoll geschafft übrigens Katzen erwähnt Lilo Lilo lass das ich bin's Vito Vito verdammt was machst du hier du hättest vorher anrufen sollen Leo wir haben keine Zeit sie wollen nicht aus dem Weg räumen du musst weg hier was komm 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 Vito hier krieg ich kalte Füße willst du was trinken ob ich nen Drink will sag mal hast du sie noch alle ok was ist los Hör zu Felcone will dich ausknipsen die Jungs sind gleich hier du musst abhauen was warum denn das Felcone hat gehört dass Vinci gegen ihn vorgehen will weil Clementi gelogen und behauptet hat er sei ihm Drogen gelogen Geschäfte, Drogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft. Jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen. Darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden.